magiatur wir sind am rande der welt geber hoch müssen wir komplett hoch also ich werde auf jeden fall hingehen und richtig asozial jetzt also richtig asozial für die gegner hier oben zu machen also könnte auch einen kleinen hinsetzen das ist ja auch nur hier aus historischen gründen nicht weil wir selber da waren geschichtlich ansonsten gibt es ja auch so geile balkone wurde die sachen hinstellen kann es muss auch mal gucken da können zum beispiel bogenschützen echt gut hingestellt werden ist es aber beides wahrscheinlich schon zu knapp dran damit es machen ist es möglich dass wenn wir an die barrikaden so machen dass die hier raus müssen dann könnte ich ja einfach verdammt er könnte ich einfach so fein platzieren dass sie einfach unterschweißen das richtig aber tatsächlich habe ich das als ich das letzte mal gespielt hatte das geht relativ gut eigentlich dass sie gar nicht erst die treppe hoch kommen oder so und fall scheitern ist auch nicht dazu kannst du den turm runter springen es passiert nichts deswegen eigentlich ich setze auch hier sehr viele paladin jetzt für die tür so einen auf beide seiten erst mal im besten fall halten die eigentlich durch also wir haben auch nur fünf wählen das geht tatsächlich das ist ganz so eine karte da ist halt die ganze treppe für den endlos muss richtig 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 heftig dann aber bis dahin ist egal so warte ich lass mal eben ganz so zu den optionen reingucken wegen dieser komischen zeit sprintart kamera winkel blut sichtbarkeit ja sichtbar ausrüstungsstil schmuckstück waffen wechsel vorgebene vorgebene zeit anzeigen warum ist das denn aus nah lebensbalken anzeigen was mir gerade auffällt ich kann ja durch diese tore durchlaufen ich dachte die werden zu für uns ich kämpfe für den orten das triggert mich jetzt ja schon so ein bisschen dass ich die bis jetzt noch nie gesehen habe ja gut wenn es ja keiner sagt dann kriegst du es ja doch selber nicht mit man ja gut ok dann bin ich bereit das sollte spaß machen also hier ist auf jeden fall wirklich vielleicht schon wichtig dass wir hier diese plattform draußen hinstellen bogenschützen drauf also kannst du irgendwie was überlegen ist egal was eigentlich aber hier gibt schon echt viele möglichkeiten ich finde die karte richtig geil eigentlich ich freue mich so heftig auf diesen endlos modus ohne scheiß also ein orangenes ding der auf der karte ziemlich große armee von kreaturen die ich noch nie gesehen und sie sind völlig immun jeden feuer schaden feuer teufel ja ja oh ja komm wir lassen einen hier drauflaufen ich will sehen wie er ins meer geschossen wird und ich kann nicht schwimmen du gemeiner mir rücker das wird nicht der letzte gewesen sein hier auf die andere seite macht aber ich bin auf der karte ist auch wichtig weil wenn sie die tue aufmachen sind sie weg ich habe ja da muss mir kurz helfen kommt ja weil die machen die schon mit der hälfte weg noch existiert sie noch ja ja aber auch nur so zu dekoration ein hit oder so nicht hauen ich habe große macht erlangt boom jetzt zaut er erstmal blitz keller typ aber die ist noch die halbe armee da am stehen es gibt solche schnellen dinger von den feuer teufeln ja auch recht das heißt das sind eigentlich alles noch mal drolle nur in feuer variante ja und die sind halt die mut gegen feuerschaden ja genau das ist halt das upgrade ja was heißt upgrade ist im endeffekt einfach nur besondere gegner für die szenarien also als upgrade ist schwer gesagt ich gebe dir mal hier noch einen zweiten ritter hin gerne weil die tür ist ja fast ripp hast du mittlerweile rausgefunden wofür das orangenschneider da ist nö okay sind alle bei dir perfekt ach wo geht denn das portal eigentlich nochmal hin nach ganz oben ja ja werde ich eh safe wieder vergessen gleich 100 pro mhm oh geil man kann sich hier drauf stellen oh cool ich bin einfach ein geschütz und treffe gar nichts von hier perfekt also ja es liegt aber eher meiner inkompetenz was warum greife ich diesen kack ritter an junge warum nicht schon wieder nicht im ernst ja ich seh nur so healthbar und so greifst du an ich seh nur dein Leben geht nicht runter ich guck auf den namen ritter die ritter machen blitzschaden sie können so blitz attack machen indem sie ihr schwerten die luft stechen er gibt auf jeden fall sind er versperrt die luft heben da kommt ein blitz ja wie tors hammer die nahen lebensbalken mache ich wieder aus weil die finde ich irgendwie schön wachlich die was die nahen lebensbalken dass man nicht alle lebensbalken sieht sondern nur die die du anguckst ach so wenn man die alle sieht vielleicht ist irgendwie komisch vom aussehen her findest du ja ich hab alle an weil dann seh ich auch wo gegner sind auch um die ecke weil die kannst du durch die kurven gehen ja das siehst ja für karte ja aber wenn du nicht direkt auf die karte guckst sondern nur geradeaus guckst siehst du siehst du halt um die ecke ob es dagegen kommt und vor allem wenn du in so einer kleineren sache bist also nicht kriegsgemäß sondern kriegst du nahe sondern den anderen dann ist es so du kannst ähm ähm du kannst sehen wenn oben oder so gerade einer ist ich komm mal zu dir rüber ja ich hab so ein paar untertelegen ich hab gemerkt man kann nicht durchs tor schießen was das ist ja eine frechheit naja ich hab das auch sagen können jetzt nur fragen müssen ja ich ich schieße schon so ich schieße schon so von innen so recht 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 und ich so war geil wow jetzt kommen alle bei dir ja moin ja ist richtig ich hab das gefühl dass die feuertäufe generell mehr aushalten aber zuerst mach ich mit dem staat weniger schade bei denen gefühlt aber ich treff auch schlechter irgendwie mein gott ja 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 die auf meiner seite wieder die feindlichen streitkräfte greifen an ähm du weißt schon dass die gleich durchkommen ja was soll ich machen ne ja ich kann nicht kommen ich muss auf meiner seite bleiben ja weiß ich doch nicht also dann kommen die da durch ja alles easy ja no das kann aus dem himmel sie brechen durch die fälchen durch eine klinge oder schlug Ne, 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 uuuhh. Okay. Da schlafen drei Leichen an meinem Tor. Ich glaube, welch will dein Ritter übrigens, ne? Du klausst ihn an? Ja. Ja, okay. Ich tausche ihn aus, quasi. Ja. Ich kriege den Magier, ne? Ne. Ich kriege ihn zwei. Okay. Hast du ein bisschen mehr Schaden, quasi. Lass uns Spaß haben. Ja, hab ich auch einen Turm jetzt so platziert. Achso. Ich dachte mir so gerade, ich gucke so ein bisschen so nach außen, sehe da ist so eine Health-Bar und dachte mir so, warum? Und dann drehe ich mich so nach oben, auf einmal sind da ganz viele und dann habe ich gemerkt, oh, das sind die Bogenschützen. Ah, die sind schon ganz hilfreich, die Dinger, die Bogenschützen. Die sind was? Die hilfreich, die Bogenschützen. Ja. Ja. Weil die halt auch schon auf die Ferne angreifen. Ja. Die machen auch vor allem sehr, sehr viele passive Kills, so. Allein unten auf dem Zuweg, so wie viel die da töten, was du gar nicht mitbekommst. So schlafen wieder drei Leichen. Von den kleinen Dingern. Oh ja. Schade. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Eieieieiei. Eieieieieiei. Ja, meinten, wird auch durch. Ansonsten der Weg nach oben ist echt lang, also… Und was erwartet einen da? Gold erstmal direkt dafür. Oben ist jemand, ich gehe kurz bis das Portal. Da ist jemand draufgegangen? Auf dem Weg zumindest, ja. Ja, die Kubolte sind gerade echt ein kleines Problem, muss ich zugeben. Die kleinen Läufern, meine ich. Wow, wow, wow. Okay, die sind schon fast ganz oben, aber ich bin ja hier. Geht's? Ja. Solange ich mich konzentriere und den Aim richtig mache, ja. Ja, 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 ja. Habe ich alles noch und da vertrolle. Sag nur noch rechtlich Bescheid, falls da was Probleme gibt, ne? Ja, die waren zwar schon im Raum, aber wenn ich mich konzentriere, dann mache ich das gut. Ich hab schon gehört, so, die sind im Raum. Ja, ich hab's gehört. Letzte Weile, jetzt kommt Boss. Okay. Begegnen wir ihnen mit Gewalt. Begegnen wir ihnen mit Gewalt, ja, korrekt. Das könnte eine Armee aufhalten. Oh mein Gott. Ha, Uga hingefallen. Mhm. Das Monster ist besiegt. Diese kleinen Koboldlöffer, die gehen mir so auf den Sack, die Viecher, ne? Ja, mit nur dir. Mann, ey. Der verrückter, riesiger Kobold? Ich werde nicht wangen, wenn es gehen sie alle. Ja. Keine Armee. Ich würde ihn zwar gerne sehen, aber ich kann ja nicht zu dir. Oder wollen wir kurz tauschen? Ne, tauschen wir jetzt ja genauso viel, als wenn ich auch hier bleibe. Ja, aber ich möchte den Boss sehen. Ach so, ja, die kannst du dir gerne angucken. Ja, dann tauschen wir schnell. Kannst du auch helfen, dich zu töten, weil das ist nicht echt schnell. Oh, das ist der Boss. Ja, ja. Ist ein schneller Kobold-Lifer quasi. Okay, ich erledige das. Putz. Erst den ganzen Turm wieder runterhüpfen. Mhm. Ähm, auf meiner Seite sind Kobold auf dem Weg nach oben. Ich weiß nicht welche Seite das ist, deswegen Frau Pölk ich sie. Jetzt habe ich die Treppe, bin ich dumm. Oh. Geht's? Oder geht's nicht? Ja. Ah, es geht. Ich geh wieder runter und geh auf deine Seite kurz, da sind mich gerade ein paar Leute. Gerne. Mein Controller geht gerade ab. Controller? Ja, mein Controller ist übelst für umwiebelig, ich war gerade voll irritiert. Ich bin Controller. Nein, nein. Kein Stück, deswegen war ich da irritiert. Haha, ah ja. Da jetzt gerade schon wieder. Hey, was ist los mit dir Junge? Hör darauf zu vibrieren. Ich bin gerade gerade runtergekoppelt und sogar gestorben deswegen. Weil ich dachte so, mein Handy hat jetzt irgendwie einen Alarm oder so. Weiß grad war schon mal irgendwie vor so einem Monat so diesen Probe-Alarm da, weißt du? Weißt du, war genau in diesem Rhythmus und du 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 du. Okay. What the fuck? Ah. Manna, Zorn, Spuckstück und Chaos freigeschaltet. Was ist denn Chaos? Frag ich dich. Ja gut, da äh. Ne? Mhm. Genau. Mhm. 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 Wie Uhr haben wir? 45. Haben wir genau nochmal eine Stunde abgenommen. Äh, ja. 59 Minuten. Ja genau. 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 Ja genau.